Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute etwas Neues mit Matrizen berechnen. Und zwar war die erste Übung eine Simulation der Entwicklung einer Bakterienpopulation. Und heute wollen wir die Drehmatrix benutzen. Und was ist denn die Drehmatrix? Das ist nichts anderes als eine Matrix, die man dazu verwendet, Punkte, um einen bestimmten Ursprung zu drehen. Und zwar um einen bestimmten Winkel. Also hier haben wir das ein bisschen zusammengeschrieben. Also das mit dem Drehen, das ist eine feine Sache, das braucht man immer wieder mal. Zum Beispiel für Animationen oder eure Kollegen im Maschinenbau zum Beispiel. Die machen da auch so Cut und auch 3D-Cut und so. Oder die Bewegung eines Roboterarms kann man also reduzieren auf Drehungen. Oder wenn man Figuren hat in Spielen, dann kann man sich auch bewegen durch irgendwelche Translationen. Oder eben durch eine Drehbewegung. Und das muss man irgendwo halt mal auch ausrechnen. Und diese mathematische Operation braucht man. Man braucht sie oft in R3. Wir sagen aber, wir bestimmen das mal in R2. Es geht dann auch in R3, das ist dann ein bisschen komplexer. Aber die Idee ist dann nichts anderes als eine Erweiterung dessen, was wir machen werden. Wo starten wir? Wir starten bei einem Punkt. Den Punkt, den gehen wir oft durch seine x- und y-Koordinate im kathesischen Koordinatensystem darstellen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir haben hier x, y und wir wollen diesen Punkt drehen, dann ist guter Rat teuer. Wie machen wir das? Und der Weg führt oft dann über das polare Koordinatensystem. Wenn wir also da um einen Winkel Alpha weitergehen, kann man nicht einfach nur zu x und y etwas dazuzählen. Oder x und y mit etwas multiplizieren. Und wir müssen schauen, was dabei passiert. Und recht gut funktioniert das, wenn man einen Punkt in die polare Koordinaten bringt. Also die polare Darstellung eines Punktes ist ja gegeben durch den Abstand zum Mittelpunkt und den Winkel, den wir also zur x-Achse haben, durch einschließen. Und was kommt denn raus? Es kommt eine Darstellung raus mit einem bestimmten Radius, also der Abstand zum Mittelpunkt und einem bestimmten Winkel. Also wir wollen jetzt Beta nehmen. Beta ist also der Winkel, den wir zwischen der x-Achse und unserem Punkt haben und den damit einschließen. Beta deshalb, weil wir sagen, wir drehen um Alpha. Also sagen wir, der Winkel, den wir hier haben, der sei Beta. Wenn wir da mal schauen. Ich habe das mal versucht, etwas zu zeichnen. Also wenn wir da eine x-Achse haben und wir haben dann einen bestimmten Punkt. Da heißt der c, das wäre unser xy. Und das wäre der Winkel Beta, den wir dann einschließen. Den bestimmten Radius. Okay. Ja, und was machen wir? Wir gehen das jetzt drehen. Und zwar um einen bestimmten Alpha weiter. Zack. Und ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Radius, der bleibt gleich bei der Drehung. Wenn wir um den Ursprung treten, wir nehmen einen Punkt und treten, dann verändern wir den Radius nicht. Schon mal eine feine Sache. Der Radius bleibt gleich. Und was passiert mit dem Winkel? Der Winkel wird einfach addiert. Wenn wir einen Winkel Beta haben und wir gehen dann um Alpha weiter treten, dann haben wir nachher den Radius R und den Winkel Beta plus Alpha. Und das ist dann eigentlich schon das Ergebnis. Und dieses Ergebnis R und Summe der beiden Winkeln, das ist in polarer Darstellung. Und jetzt können wir wieder zurück in die kathesische Darstellung, indem wir dann den Radius mal Sinuswinkel, haben wir die y, und Radius mal Kosinuswinkel haben wir die x-Komponente. Also einfach die Projektionen. Kosinus auf x, Sinus auf y projiziert. Das können wir machen und dann kriegen wir das Ergebnis. Okay, so weit, so gut. Jetzt hat einer gesagt, der einen geistigen Blitzkörper hat, den müssen wir hier jetzt mal mit Sinus und Kosinus rechnen. Und das ist eigentlich schon umständlich. Wenn wir eine bestimmte Drehung machen und wir gehen da, wir kennen die Drehung, und wir drehen da immer um Alpha, dann hat er festgestellt, kann man das auf ein Matrixprodukt reduzieren. Wobei das Alpha, um das wir drehen, bestimmt, wie die Matrix aussieht. Wenn wir das Alpha verändern, dann verändert sich auch die Matrix. Und das ist die Drehmatrix. Also die Drehmatrix ist charakterisiert durch den Winkel Alpha, um den wir unseren Punkt dann drehen wollen. Und wie kann man die herleiten? Also es sind ein paar Schritte. Und man geht hier eigentlich rückwärts und sagt, wir starten beim Ergebnis. Das Ergebnis, haben wir gesagt, das ist x-Y'. Also das ist unser Ergebnis des Punktes nach der Drehung. Und wie können wir das auch darstellen? Dann können wir uns darstellen als x', das ist R, Radius, mal Kosinus von Alpha plus Beta. Also x als Projektion auf die x-Achse des Punktes. Das ist nichts anderes als Kosinus mal Winkel. Winkel ist die Summe der Winkel, mal Radius. Und y ist also R mal Sinus von der Summe der Winkel. So, jetzt müssen wir uns an Trigonometrie erinnern. Was ist der Kosinus einer Summe? Was ist der Sinus einer Summe? Was kommt denn raus? Also kommt heraus, R mal und der Kosinus einer Summe ist Kosinus Alpha, Kosinus Beta, Minus Sinus Alpha, Sinus Beta. Und was ist denn der Sinus einer Summe? Der Sinus einer Summe ist R mal Alpha, Sinus Beta, plus Kosinus Alpha, Sinus Beta, Minus Alpha. Ja, so weit, so gut. Das spielt die Trigonometrische Umformel. Also das geht. Und jetzt kann man folgendes machen. Man kann hier etwas herausheben. Und wenn man das mal schaut, dann kann man das betrachten als ein Produkt zwischen einer Matrix und einem Vektor. Und wenn wir jetzt Matrix mal Vektor machen, kommt ein Vektor raus. Und das ist ja ein Vektor. Und den gehen wir jetzt mal zerlegen. Und zwar gehen wir etwas herausheben. Wir gehen das R mal herausheben. Das haben wir in beiden drinnen. Das nehmen wir in einem Vektor heraus. Und die Kosinus und Sinus und Beta. Kosinus Beta, Sinus Beta. Seht ihr, das ist in beiden drinnen. Wenn wir also einen Vektor haben und den gehen wir dann zu einer Matrix multiplizieren. Dann passiert was? Dann gehen wir ja die Zeile mal die Spalte, Zeile mal die Spalte. Und die Spalte ist die gleiche. Und wenn ihr da schaut, wir haben da R drinnen. Also das ist bei beiden Summanden drinnen. Und wir haben Kosinus Beta, Sinus Beta. Kosinus Beta, Sinus Beta. Das heisst also, der Vektor, mit dem wir dann die Matrix multiplizieren werden, ist R Kosinus Beta und R Sinus Beta. Und wenn wir das herausheben, dann bleibt eben, das heben wir heraus, also R mal Kosinus Beta, R mal Sinus Beta. Aber was ist denn jetzt die Matrix, die übrig bleibt? Die Matrix, die übrig bleibt, ist ganz genau das, was hier steht. Kosinus Alpha minus Sinus Alpha. Sinus Alpha, Kosinus Alpha. Und wie ihr schaut, was bleibt denn übrig? Es bleibt eine Matrix, 2 mal 2 übrig, die von wem abhängt? Nur von Alpha. Und Alpha ist der Parameter der Drehung. Wenn wir also wissen, um welchen Winkel wir drehen, dann können wir die Drehung durch diese Drehmatrix charakterisieren. Und wenn wir zu der da, dieses R mal Kosinus Beta, R mal Sinus Beta, als Vektor multiplizieren, dann kommt das doch da oben heraus. Also das ist das, was jetzt das Interessante ist, dieser Schrittteil, dass wir also rückwärts das herausheben. So, und wenn wir jetzt schauen, was ist ein R mal Kosinus Beta? Also R mal Kosinus Beta ist ja nichts anderes, als, wenn wir das mal staunen, also R ist der Radius unseres Punktes und Beta ist der eingeschlossene Winkel unseres ursprünglichen Punktes. Also ist R mal Kosinus vom eingeschlossenen Winkel, das ist das X. Und R mal Sinus vom eingeschlossenen Winkel, das ist das Y. Aber wovon? Das sind X und Y des ursprünglichen Punktes. Wenn wir also den ursprünglichen Punkt zu dieser Matrix multiplizieren, dann haben wir ein Matrixprodukt gemacht und wir haben, nachdem wir die Matrix bestimmt haben, für die Drehung kein Sinus und kein Kosinus mehr gebraucht. Also man hat das Sinus, Kosinus benutzt, um die Drehmatrix einmal zu bestimmen. Und dann weiß man, wenn man zu der da den Punkt, zu dem Vektor XY, der den Punkt darstellt, multipliziert, dann gehen wir um Alpha weiter. Immer um Alpha weiter. Und das, das ist die Drehmatrix. Also die Drehmatrix ist genau das da. Kosinus Alpha minus Sinus Alpha, Sinus Alpha, Kosinus Alpha. Und die bestimmt, also die Drehung um ein bestimmtes Alpha. Und das wollen wir jetzt benutzen. Geil. Okay. Ja, oder bevor wir das benutzen, da schaut mal, wenn man auf Google eingibt, ja, Drehmatrix, GeoGebra, dann kann man zu einer Drehmatrix in R3 und da kann man ein bisschen spielen, und das geht da ganz wild. Also da drehen wir da ganz, ja, ganz herum. Geil. Okay. Also da haben wir dann ganz, ganz interessante Sachen da, geil. Ja. Also könntest du dann mal suchen, geil. Und dann mal da mitspielen. Mhm. Okay. Kommen wir zurück. Wir wollen jetzt etwas programmieren, geil. Und zwar das Matrixmodul haben wir ja schon, geil. Also das können wir noch verwenden, geil. Das ist immer dasselbe Matrixmodul, das wir einmal geschrieben haben, und auch für das Bakterienmodell verwendet haben. Daraus können wir jetzt, wenn wir eine bestimmte Matrix für die Drehung um den Winkel Alpha bestimmen, geil, dann können wir durch das Matrixprodukt, geil, Drehungen bestimmen. Und jetzt machen wir mal folgendes. Wir wollen einen Punkt, geil, immer in Schritten zu 1 Grad um den Ursprung drehen, geil. Und was soll denn dann herauskommen, wenn wir da so in einem Grad immer einen bestimmten, ja, um den Winkel ein Grad weitergehen, geil, dann werden wir zum Schluss einen Kreis eben ablaufen. Wenn wir immer einen Grad weitergehen, dann haben wir 360 Punkte, geil. Wenn wir es feiner machen wollen, können wir auch in 0,5 Grad Schritten machen, oder so, geil, dann haben wir halt 360, so 720 Punkte und so, geil. Und wenn wir das machen, und wir gehen das so darstellen, dass wir das in eine CSV-Datei speichern können, geil, dann können wir am Ende was machen. Wir können das dann in eine Tabellenkalkulation einlesen, geil, und ein Diagramm darstellen. Und was wird denn dann rauskommen? Hoffentlich ein Kreis, geil, geil, das ist jetzt also die erste Übung. Und die zweite, ja, die zweite ist, ja, ist vielleicht ein bisschen mathematische Kunst, geil. und man kann durch Drehungen, wenn man hier mit dem Winkel Alpha arbeitet, geil, und wenn man jetzt das Spiel macht, dass man nicht konstante Radien nimmt, sondern dass sich der Radius dann entwickelt, Schritt für Schritt, dann kann man Matrizen dann benutzen, Matrixprodukte benutzen, um Spiralen zu zeichnen, geil. Und, ja, wenn man da auf Wikipedia dann geht, da gibt es einen Artikel zu Spiralen und da gibt es ganz, ganz lustige Spiralen mit verschiedenen Eigenschaften und so, geil, und, naja, wir wollen die jetzt nicht alle benutzen und alle bestimmen und so, geil, also das ist mathematisch ja eine aufregende Sache, geil, aber wir können mit unserer Drehung und durch das Verändern des Winkels eine Spirale erzeugen, geil, und da, wenn man da so in einen Grad Schritten geht, dann darf sich der Winkel bei dem Winkel der Radius in einem Schritt noch ganz wenig verändern, geil, also diese Veränderung des Radius, das müssen wir auch, da müssen wir raufpassen, sonst tut das da und weg ist die Spirale, geil, also das ist dann nicht toll, die soll schon, die soll schon einmal rundherum fahren, geil, vielleicht auch mehrmals und dann ist sie, ja, außerhalb unseres sichtbaren Bereiches, geil, geil, okay, ja, das wollen wir programmieren und das wollen wir dann benutzen, um diese Sachen dann zu machen, geil, ja, viel Spaß dabei,